ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mist survival wir sind hier in unserer botze und wir sind dabei in die richtung werkbank zu gehen jedenfalls ist das der plan die wir haben und dafür brauchen wir wo war das ne das heißt wir nehmen das mit das ist das was wir brauchen kannst du nicht einfach da bleiben wo ich hier haben möchte ein ganz normales holz das ist nur wie ein müll komponent so richtig decken da haben wir doch sechs stück habe ich doch fast vermutet sich die aber ok was wird es dunkel 16 uhr war hier nicht noch holzstumpf na gut blätter das kann weg das kann weg kann ich das nicht decken wieso kann man das nicht decken was soll der scheiß ok die blätter gehen so was brauche ich um die bretter herzustellen meine säge nehme ich doch mit das wird spät jetzt haben wir jetzt ein bisschen holz ja die dunkelheit naht ok wir brauchen als nächstes die hier wir brauchen das zeug und müssen noch bald schlafen gehen sich gerade hier wir brauchen wie ich habe nicht genug holz nämlich die axt mit und das zeug ich habe nicht genug davon doch habe ich hier habe ich noch mal acht kann ich leider nicht decken schade ok solange es noch hell ist ziehen wir es durch immerhin ein baum stumpf mein arm blutet ist jetzt nicht dein ernst ich muss das noch in sicherheit bringen ok wir testen einfach was passiert wenn ich es hierhin werfe naja ist doch gut ich bin im stress ich bin am sterben mein arm ist das ist so grottig verletzt zu sein ich bin einfach nur wieder geheilt werden und wenn ich sterbe warte ich leg mich aber schlafen so schlafen wir zehn stunden ja gut ich habe nichts verloren ist ok so schlafen wir neun stunden und dann hoffen wir dass es funktioniert das waren keine neun stunden tut tag drei kann ich nicht mehr schlafen also sag mir bitte nicht ich kann nicht mehr schlafen es ist mein bein verletzt ich drehe durch kann ich einmal irgendwie fit wieder werden alles wird gut alles wird gut so wie sieht es aus firsty ein bisschen ziehen wir uns das hier mal rein ich will doch einfach nur wieder gesund werden was ist denn daran so schlimm keine zombies mehr ok 6 uhr ist die magische zahl ab 6 uhr dürfen wir wieder raus ok wir haben die axt wir haben spaß selbst mein bein hat drunter zu leiten ich meine eigentlich muss ich das gar nicht mehr machen aber den hier schon fast fertig ne ok das wird ja vorerst reichen hoffe ich jetzt gucken wir mal wo ist meine säge ich werde hier auf jeden fall noch ein bisschen management mit reinbringen das muss ich definitiv machen wieso kann ich die säge eigentlich nicht da benutzen wäre eigentlich logisch so ich hatte noch zwei baumstümpfe hä ah den anderen habe ich weggelegt weil ich ja am sterben war stimmt da war ja was so ok ich würde sagen die werkbank hier schön am fenster dass man wenn irgendwas passiert wenn während des wir bauen sind können wir sehen ob wir in gefahr sind jetzt muss ich erstmal wieder das ganze zeug organisieren hey so ach so holz gib mir das holz das können wir gerne essen bringt zwar wirklich wenig aber naja besser als gar nichts ja eigentlich ist es schon besser als gar nichts holy shit ist das denn groß äh ok was haben wir hier eigentlich ja eigentlich müssen wir es dann hierhin packen wird hier unser kann ich das nicht hier vorne hin packen und dann kommen die zombies da nicht mehr durch wenn wir es kaputt machen ist natürlich kacke jay also ich kann es noch bewegen zur not kann ich es noch bewegen sehr schön nägel ich kann nägel machen ich kann badges machen ich kann leather machen ich kann sticks machen ich kann alles machen oh waffen sticks lashing animal guts aber um das zu bekommen muss ich doch erstmal tiere töten ich glaube nicht dass ich den bären mit dem messer töten kann ich bezweifle ziemlich stark klamotten und licht brauchen diese zahnräder wo auch immer ich die her bekomme aber gut das dazu ja komm wir packen die wand das hin so hat das keinen sinn ich meine das fenster ist ja anscheinend nicht so wichtig sondern nur die vorderen dann packen wir es doch hier hin wir haben es in die wand gebackt glaube ich ja guck mal perfekt an die wand gestellt hier passt das super rein jetzt können wir unsere sachen bauen cool so was haben wir noch jetzt wird langsam ein schuh draus jetzt wird langsam ein schuh draus das problem ist einfach nur ich kriege ja keine tiere ich meine wir haben hier einen bären ja super soll ich jetzt den bären erschießen mit meiner waffe mit vier munition bezweifle ich jetzt mal stark okay folgender plan wir gehen jetzt ins hotel und hoffen dass da irgendwas richtig cooles ist was wir gebrauchen können drückt mir die daumen drückt mir die daumen sonst verliere ich wieder ein paar sachen das wäre echt kacke okay meine axt kann ich eigentlich hier auch lassen ne ich meine ich könnte mit der axt auch kämpfen aber müssen wir nicht halten wir die axt einfach mal um feuer zu haken feuer zu haken holz zu haken ich bin aber verwundet ne immer noch na komm gehen ich weiß nicht vielleicht erschieße ich die vier hier auch einfach was sagt ihr wollen wir einfach mal schießen üben wir werden jetzt schießen üben an den dingern ich habe es jetzt beschlossen schießen üben an den zombies munition ist knapp ich weiß es da ist der bär vielleicht erschieße ich auch einfach den bären ich habe das gefühl das wird munition ich glaube nicht dass vier schüsse auf einem bären reichen werden um ihn aufzuhalten ich bezweifle das stark waren wir hier schon da liegt noch ne dose bandagen essen zeugs soll ich versuchen den bären zu erschießen ich meine er läuft gerade perfekt gegen den baum deswegen wie wir ihm einen headshot verpassen können wir hoffen einfach mal dass er dadurch stirbt booh junge so tool säge axt machete da nehmen wir den hier hallo hallo ich brauche davon ein paar kommen nehmen wir alles hier mit alles was geht sieben stunden zumindest werden wir dann wenigstens geheilt aber können wir direkt nach hause wir haben nicht genug platz ich kann es abbrechen aber ich tue es nicht das ist ja mal kacke wir sind jetzt nicht so weit von zu hause entfernt so was haben wir hier noch hier die würstchen ach komm das soll ich dein ernst das ist alles hier einzeln transportieren muss noch ich kurz nach hause mein oberkörper ist aber fast geheilt sehr schön und ich kann mittlerweile laufen ohne dass es meinem fuß schadet ok kann ich das habe ich noch essen da wahrscheinlich schon wahrscheinlich kann ich das essen da reinpacken ok hat das eine haltbarkeit das hat eine fucking haltbarkeit ich habe den bären umsonst getötet nee mann kannst du dich ernst meinen animal fett ich habe einen bären getötet mit munition ich bitte dich spiel das kannst du mich nehmen selbst das vergammelt ich fühle mich gemobbt nein das kann nicht vergammeln das fällt mir raus hier und dann packen wir das alles hier rein das kann ich vergammeln ja das andere eigentlich auch nicht aber das ist wichtig lass ich jetzt nicht liegen das wichtige zeug kommt dass wir hier rein ey nee zumindest das fell kann doch nicht vergammeln kannst du mir doch nicht erzählen dass das fell vergammelt so wo lag der bär jetzt hier irgendwo ne hier haben wir ihn irgendwo gesehen naja wir haben fast alles mitnehmen können kann ich das hier reinpacken ja so bärli weiß ja noch ein bisschen was am kopf ne zwei stunden naja das ist 20 uhr das kann ich nicht machen was war das eine feder scheiß auf fleisch ich nehme die feder mit dinge die ich noch nicht besitze deswegen so der bär wird morgen früh wahrscheinlich auch immer noch hier sein ne ok bär zwei schüsse kann man sich merken so kacke ähm was konnte ich damit noch äh leather animal hide aber dried das habe ich natürlich nicht kann ich äh das essen jetzt hier reinpacken so so das feuer brennt jetzt 238 minuten echte minuten oder spielminuten spielminuten ok ok mhm wir brauchen ach gott äh nägel habe ich nicht leashing habe ich nicht das ist doch pures mobbing yay animal guts dried alles dried aber ich kann es nicht rein äh äh ja ist jetzt echt uncool ne ich habe halt zwei munitionen verschwendet für den kack das ist ja das problem wie sieht es mit beim essen aus ist es schon fertig wie lange dauert es denn da fertig zu machen ach 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 Kopf in mein äh Blut in mein Kopf ach und wie lange heilt das bitte sehr wie viele stadien gibt es davon slightly wounded leicht verwundet super ja um weiter zu kommen brauchen wir das so schnell wie möglich Nägel und leashing aber für leashing brauche ich doch das das kann ich ja gar nicht produzieren komm ja nägel kriegen wir hin ich meine damit machen wir 16 stück also nehmen wir einfach das ding hier mit und das ding so ne und dann produzieren wir es einfach und dann produzieren wir es einfach hallo produzieren aber ich will doch produzieren wie null da unten kommen die nägel raus ich drehe durch ok wer mit 12 16 nägel das heißt wir können auf jeden fall wo bekomme ich leashing her das ist ja die frage leashing tree bark und leaf dunkelheit setzt da ein habe ich die Tür zu gemacht ja habe ich ein messer am start ja das heißt ich brauche blätter und harz die blätter habe ich weggeworfen ne ja geh weg stamm geh jemand anderen nerven genau fall mal in die richtung so ich habe hier sonst keine mehr ne so wir haben 15 blätter ich hatte doch das habe ich als zündmittel drin ne aber bitte zombies seid nicht hier mein inventar ist voll kacke ich komme gleich wieder bitte kommt nicht währenddessen ich hier kurz mein zeug entlade das ist nur ein baum alles gut das nehme ich mal wieder an mich tschüss so wie viel kann ich produzieren eins so kommen wir nicht weit ne jetzt habe ich eins davon wie viel brauche ich insgesamt sechs ich habe doch ein das erklärt einiges okay wir haben ja nägel ne wir nehmen nochmal ein brett mit bist du ein richtiges brett nein natürlich nicht weg mit den komischen feuerholzdingern die können wir später noch gebrauchen ich brauche die bretter bitte dankeschön ich brauche den hammer so als hammer time leute tja produktiv ist was anderes guck mal ob unser essen fertig ist sind ja noch keine zombies ne check's nicht wieso wird das essen nicht fertig mach ich auch was falsch ausgesperrt okay äh wie müde bin ich sehr müde gut dann da ich noch kein bett habe legen wir uns hier hin es ist 20 uhr wir müssen vier plus sechs zehn stunden schlafen und wieder eine nacht überlebt ha ha ich bin profi junge irgendwann bauen wir hier zäune auf und dann können die mich alle okay ähm aufgabe für morgen blätter organisieren harz organisieren indem wir bälle äh bälle indem wir äh bäume fällen das würde ich sagen klingt nach einem plan ne und so machen wir das vielen dank fürs zuschauen freude haut rein euer sirot tschüss landscaus asive hat wir haben das dann das